Oh, riecht' der Rügtbauch bis hierhin, Alter. Hey Thomas Müller, ich bin schon im Store. Ich bin schon im Store. 3, ich bin 4 und heiße, Jordan, Jordan, dein Deutsch ist auch so gut, ich bin Sammy und bin ein Hundeflüsterer, Kaju, Jordan ist 3, halt deine Fresse, ja! Die sind gerade noch voll, vernünftig angezogen, lass uns mal wieder in unsere Outfits begehen, unsere Arbeitsklamotten, okay? Wir springen wieder hoch, die guten alten Hochspringerzeiten, ja? Für Thomas Möhner, 3! Nein, nein, ich spring da hin, du springst vor mir hier hin, so weißt du? Was? Du springst hier hin, ich spring hier und danach bin ich gleich so und du bist hier. Okay, 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 Chad, 3, 2, 1, was ist los? Oh, voll krass, ja, oh mein Gott, Chad, ein Applaus für diesen Move, ehrlich. Ey, Freunde, ich schwöre, wir haben jetzt wieder diese scheiß Outfits auf, naja, ist doch sowas von scheißegal, Alter. Heute American Football aufslippens light. So, Freunde, ich würde mal sagen, Freunde, wir bauen das auf. Ich hoffe, willst du noch Freunde sagen, Juni, ja? Das sind auch meine Freunde, ich schwöre. Ja, so, Freunde, auf jeden Fall, Freunde, wir bauen das auf, Freunde. Nur weil du dich nicht freundlich bist, wie letztendlich sind. Familie, ist heilig. So, Freunde, wir bauen jetzt auf, ne? Hol dir das Blaue, ich hol Wasser. Du Schweinefettkopf, Alter, ja? Was machst du? Was machst du? Mein Gott, ja, lass mich doch einfach in Ruhe, Junge, ja? Ja, dann mach doch. Ja, mach du doch erstmal. Hier, siehst du, ich bin ein hilfsbereiter Mensch, und deswegen lebe ich auch hier. Okay, komm. Ich war noch niemals auf Hawaii, ging durch Sandtruppel und Ludwigs ist so klein. Mein Vater hat... Halt die Klappe, Halt die Klappe, Halt... Hau mal, Alter. Meine Fresse, Katzenstall! Ich war noch niemals in Hawaii und wir singen alle. Mein Vater hat ein klein. Ja, denn du siehst aus wie eine 13-jährige Junge, die sind... Halt die Klappe, der! Meine... Ja, komm, wo ist es da, komm, wo ist es da? Ey, Arschloch! Was machst du denn da, Junge, ja? Ja, siehst du? Charlie, Charlie, haha. Ging nur durch San Francisco und belef Nigi. Junge, was bist du denn für ein Kastenfahrer, Junge, ja? Bring mir jetzt die Seifen für meine Familie, Junge, ja? Ja, Familie, ist heilig. Oh, so viele Hütchen hast du geholt? Zwei Stück brauchen wir, eins, eins. Ja, okay, dann geh mal ein Stückchen nach hinten vielleicht erst mal. Ja, geht doch. Ja, wie denn, wenn du da drauf stichst? Ja, was denn? Warum ist das zu kalt? Oh mein Gott, Freunde, es... Chad, warum ist das zu kalt, ja? Es ist ja richtig kalt. Weil wir leben im Nordpol. Ich liebe dich, ja? Ja, dann, du Eierkopf. Ich... Ja, geh so auf sowas nicht, ja? Okay, ey, du kennst doch das Prinzip, Freunde. Da war mir gleich in der Mitte sein und wir müssen den Ball nehmen und über die Linie springen. Sobald der Ball, ne, nicht der Körper, sondern der Ball über die Linie ist, hat man gewonnen. Okay, einen Applaus für Sabi für die Erklärung, ehrlich. Ja, ich erkläre das jetzt. Du erklärst das gar nicht. Ey, guck mal. Weißt du, was... Er spielt einfach. Das ist das Ding. Ich kann auch klatschen ohne meine Hände. Kannst du das auch? Natürlich scheint der Schiedsrichter mit dir als auf Fernseher passiert, Freunde. Ey, das ist ein sehr, sehr... Freunde, es ist eigentlich der beste Kamera. Eigentlich. Aber heute hat er sich zur Verfügung gestellt und hat gesagt, ey, Jungs, das geht doch nicht so weiter. Ich spiele American Football ohne Schiedsrichter. Das ist kein weiterer außer... Ilias, der Wanderer! Kommt, deine Freunde! Ilias! Seid mal ehrlich, Freunde. Kein dir Ilias? Eine einzige Chat-Francis. Ey, du könntest auch ein Hacker sein, ja? Du siehst aus wie ein kleiner Hacker. Erstmal herzlich willkommen. Wir sind hier heute live auf Twitch, ne? Wir stellen übrigens alle unsere Highlights, ne? Und dreht unsere Videos. Also, Freunde, falls ihr euch beschweren wollt, beschwert euch bei mir. Ja. Ich war noch... Jeder kennt sich doch. Aber warte mal. Wo ist die Pfeife? Ein Schiedsrichter ohne Pfeife? Ein Schiedsrichter ohne Pfeife? Das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Leute, die hatten einfach keine Pfeife. Egal, jetzt hast du eine Flöte, das reicht auch. Freunde, falls ihr euch hier mal denkt, was sind das für geile Stream-Highlights? Das ist also der Mann hinter PC. Es gibt drei Matches. Wer hat die meisten Matches? Gewinnt, hat gewonnen. Der Verlierer kriegt eine Bestrafung. Was wäre das? Weiß nicht. Handabsegen oder so? Wenn was passiert, der erste Schiedsrichter hat, ey, wenn ich dich alles bokehne, tut mir echt leid. Ich bin das gewohnt. Also, das ist hier gerade wirklich mein Gebiet, denn das ist mein Faktor jetzt hier. 11-10-Johlen, Stern des Südens, Tor und Mach. Oh, yeah. Bei Ready, Set, Hab. Bei Hab geht's los. Okay. Ready, Set, Hab. Ah, wie nass. Ah, wie nass. Ah, wie nass. Ah, wie nass. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Oh, Samy. Ah, Junge, was ist das für ein Kästenhelm, Junge? Das ist ein scheiß Helm, Alter, ja. Okay, seid ihr ready? Ja. Ready, Set. Ah, mach ja den. Warte doch mal, Junge, ja. Was gibt's gar Wartreste? Was ist los? Der ist sicherlich Schritt, der gibt's gar Wartreste. Mein Gott, der ist doch runtergefallen, der Helm. Chill doch mal, Junge, ja. Das Helm. Was für das Helm, Junge, ja. Schiedsrichter hat ein Punkt für mich oder was? Wiederholung. Ja, Wiederholung, Junge, ja. Okay, warte mal. Sobald ich Hatz sage, geht es los, okay? Ja. Dann auch nicht. Ich war nicht vorbereitet oder so. Es geht los. Okay. Ready, Set, Hab. Oh. Punkt, Fettsack. Hey, Punkt, Fettsack, Junge. Ready, Set, Hab. Ey, du, ey, das ist, du Schwein. Punkt. Oh. Ich hab noch keine, ich hab noch keine Shorts. Ja. Ja. Da steht 2-1. Freunde, wir sind übrigens Dunsmen. Alles ist hier geprüft, ne? Freunde, für Twitch und TikTok, damit ihr Bescheid wisst. Das ist alles, alles du sportlich, ne? Wir tun uns nicht spät, das tut uns sehr gut, ne? Ja. Oha. Guck mal, wo deine Matte ist. Warte, ich muss fair sein. Das Spielfeld ist verschoben. Ja. Ich muss ja, ich muss ja. Das Spielfeld ist verschoben. So, Baby, wieso? Hab ihr Habsbeck nicht gesehen? Ich hab schon Vorpunt. Schildrischer. Der hat die Zunge rausgestrickt, ich schwör. Hä? Da ist deine Zunge da, wo sie ist. Okay. Ready, Set, Up. Ey, ich komm, ey, ich weiter! Was, ey? Ja! Was machst du da? Oh, ich zähl mich. Ich seh nix! Was machst du, weil Ball ist nicht der Ball? Ja, Bruder, ich seh doch nix durch den Kasten, Juni. Aber fahrst du meinen Kopf an. Ja, Mann, ich dachte, das wäre der Ball. Schießrichter bis 5 oder 6. 5. Okay, wie viel stehen es eigentlich? 2-2. Okay. Ready, Set, Up. Ey, ey! Ich hab nix gemacht. Oh mein Gott, ja! Shit, ja! Ich hab die Schweine, Alter! Ready, Set, Up! Mein Ball, ey, mein Kopf ist nicht der Ball! Mein Kopf ist nicht der Ball! Das ist doch zu Ende! Mein Kopf ist nicht der Ball! Aber ich muss sagen, der Punkt zählt nicht. Warum? Du bist außen rumgelaufen. Ich wollte gerade sagen, was spielst du da für Spiele, Juni? Sind wir hier im Kindergarten, oder was? Kopf, sowas darf man nicht abpassen, ne? FC ist für mich Stern des Livestreams. Jordan ist 13 Jahre alt. Okay, ready, Set, Up! Ich liebe meinen Vater! Ich schwöre, Gibgler! Du hast deine scheiß Gerze, Alter! Denkst du, ich bin schwach? Nur weil ich dünn bin? Ja, schwach, alles, ja! Ey, Juni! Was denn? Du sagst nicht dein Kopf, ja? Du hast dein Kopf, Mann! Der Mann mit der Glatze! Ja! Der Mann mit, küsst mal, küsst mal, küsst mal meine Glatze jetzt, ja? Es steht 2-4! Ey, mit 5, ne? Matchball für den 13-Jägen, ja? Oh, ja! Ihr Kasperköpfe, ja? Ready, Set, Up! Ja! Was los? Was los? Ich hab meine Tricksauflage, ich wüsste das doch, Alter! Komm, Sammy! Ready, Set, Up! Was du da, du fette Schleif? Ich spiel mit dem Ellbogen, Alter, ja? Ring, ding, 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 ding! Ja, goooool, lasso! 13-Jährige haben einen Vorteil, die sind schneller. Na ja, du nicht. So, Leute, es geht in die zweite Runde. Die erste Runde ging ein... ...den Fertzack. 1, 2, 3... Vorsicht! Schi! 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 Warum gingst du eigentlich 500 Kilo sein? Weil dein Vater einen Kleinen hat, ja? Halt doch mal deine Schnauzze, Junge, ja? Warum liegt hier Hundevater? Für Sammy! Für Sammy! Für Sammy! Warum haben wir das doch hier? Ja, weil du hier ab und zu isst. Hör auf zu lügen, du Lümmel! Ready! Set! Hopp! Was machst du denn? Ey, ey! Was machst du denn? Was denn? Nein! So lange ich schießrichter dich fallen, ist nichts... Er springt aber egal! Okay! Punkt Sammy! Ready! Set! Ey, 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 ey! Okay, und ganz kurz! Springen ist erlaubt! Springen ist erlaubt, Gent! Habt ihr gehört? Ready! Set! Hopp! Springen ist erlaubt, ja? Springen ist erlaubt, genau! Was? Was? Hör auf, jetzt ist das umgekehrte Psychologie! Junge, der ist 13! Jeder weiß, dass du 13! Hör auf, das auf mich zu schieben! Ich bin über 18! Hör auf, das auf mich zu schieben! Halt die Klappe! Boah, ich muss richtig kacken, Bruder! Hör ein bisschen Wasser machen! Mach ein bisschen Wasser, ja! Bruder, wenn ich einmal noch Tricke schaffe! Hör auf! Oh mein Gott, Schick, ja! Oh, Bruder, ich kann nicht mehr springen! Mein Mann macht Breaktance, Alter! Ja, spring nicht! Keiner hat gesagt, du sollst springen! Ready! Set! Hopp! Was machst du da? Du bist die ganze Scheiße! Was machst du immer so, Junge? Hab ich einen Locker? Bin ich RTL oder was? Ich weiß nicht! Ich finde dich einfach, du bist so komisch! Anders! Du bist nicht so komfortabel! Ready! Set! Hopp! Oh, Katja! Katja! Hey, wer ist drüber? Ja! Für Katja-Krase-Witz hier! Oh mein Gott! 2, 1! Ready! Set! Hopp! Ey, wir waren beide zu früh! Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Spock nicht! Er hat sich abgeführt! Was willst du, Alter? Das war ein Punkt für mich! Schittrichs erzählt. Komm! Was ist los? Ich hab das im Blut.. Ey, ich kann mich nicht konzentrieren. Ich kack mir nicht in die Hose gleich, Bruder. Mach doch mal mit deinen K ungelassen Füßen von dem Ball weg, Junge, ja! Ich mach nicht noch gerade, was wirds von mir, ja! Boah, der hat solche Minecraftcreeper Füße und hättet nicht hier wieder von der Seite, ja? Fer, ich sch trouve mal, zeig mal dein Fuß in die Kamera und dann sag noch einmal Minecraft Füße, Alter! Ich schaue auf alles! Das ist das doppelte Verlängerungsbein, Alter, ja? Guck mal, zeig mal der Fettsack-Zeh da. Ja, kein Problem. Schau, ich hab schöne Füße, ja? Guck mal, was ist das für ein... Guck mal, dein Fuß, Bruder. HDMI-Kabel, ja? Der Mittel-Zeh sieht aus wie HDMI-Kabel, Bruder. Ready, set, hopp! Ja! Bruder, ich kack mir in die Hose gleich. Entschuldigung, ich kack mir in die Hose gleich, ja? Ich kack mir gleich in die Hose, Mann! Egal, kacken ist nur eine Eigenschaft, Bruder. 4-1, wir sehen ihn. Ready, set, hopp! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist los? Was ist los? Hey, es steht 1-1, ne? Wie 1-1? Ja, ich hab gewonnen. Hat er schon gewonnen? Ja, mit 1. Freunde, jetzt ist Finale. Finale! Oh! Ich weiß nicht, was hättet ihr davon? Dass wir Finale so machen, abwechselnd. Ich hab jetzt den Ball, ich muss durchrennen. Samy, leg bitte einfach den Ball rein und fang an. Ja. Letzte Runde! Was machst du mir jetzt nach? Mach das scheiß Wunder, Benni! Oh, Junge, mach doch! Okay, ready, set, hopp! Ah! Ah! Es geht weiter. Oh mein Gott! Ah! Punkt für die Nummer 9! Ja, beide 9! Samy! Yeah! Oh mein Gott! Ready, set, hopp! Hey! Schubsa! Ah! John, John! John, John! John! Das machst du, John! Ich schupe, aber du eckig! Bam! Bam! Ja, fuck! Endlich unterstrich, Maurice hat gerade abonniert. Ja, mach das doch einfach wieder so und fertig, Junge, ja? Ja, so cool! Boah, so gruselig, ja? Oh, ja, gruselig! Der ganze Fußball-Kassi, wie steht's hier zum Stock? Immer noch 1-0, dann funktioniert er nicht. Ja, was ist das denn? Das war zu viel durcheinander. Ja, will ich auch sagen. Hey! Komm, Jordan, ja. Komm, Jordan, ja. Was leben wir? Dicke, fette Frauen. Ich liebe so richtig dicke, fette Frauen. Mit geölten Achselhaaren. Mit roten Achselhaaren. Mit fetten Eiern. Ich liebe einfach dicke... Oh, scheiße, ja. Ready, set, hopp! Weiter, weiter, weiter! Ich hab noch keinen Schuss gegen ihn! Ich hab keinen Schuss! Was tut's mir raus? Du hast mir so meinen Bauch und rückt. Ich schwöre, die Kacke ist so kurz vorm rausgehen, ne? Wir tanzen einfach, ja? Kann sein, ich kack mir da nach in die Hose, ne? Kannst du mal zu Ende bringen, Junge? Was für ein Pussli? Ready, set, hopp! Ja! Komm, Sammy! Der hat plötzlich reagiert. Was hast du für eine Reaktionsgeschwindigkeit, Junge, ja? Ready, set, hopp! Kuss von der Strecke! Kuss von der Strecke! Ja, dann mach uns, Junge, ja! Was machst du denn? Tor! Tor! Ready, set, hopp! Hör, komm! Kuss! War Pippungswei Leisenlich sind Arzt oder Apotheker? Was machst du denn? Bist du cool? Leg den Ball doch dahin! Warum? Ja, warum unnötig? Ja, bist du cool? Sebastian unterstrich Tonic hat im dritten Monat abonniert. 10, 9! 3, 2, Sammy! Was? Hör doch mal auf, Junge, ja! Bist du doof! Ja, jetzt hast du Angst gehabt, ne? Du weißt, du hast Angst vor meiner Familie. Jetzt kommt der Fliebige Kackhaufen! Chat, der Fliebige Kackhaufen! So, ready, set, up! Was machst du da, Alter? Oha! Oh mein Gott! Thomas Müller, ich liebe deine Mutter! So, ready, set, up! Was los? Hä? Du fällig schweig... Was? Was ist los? Zieh aus! Was willst du? Komm mal her, komm mal her! Okay, mach! Sehr süß! Was? Ooooooh! Leg dich nicht mit Pärchen! Ooooooh! So, 4, 2, 4, Samir! Ready, set, up! Ey! Aaaaaah! Ich mach gar nichts! Aaaaaah! 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 Ey, das ist so schummelt! Ey, was machst du? Das ist schummelt, du sagst, aah! Ey, man darf springen, ne? Ja, man darf springen! Okay! Okay! So! Ready, set, up! Was ist los? Was ist los? Das hat nichts mit schummeln zu tun! Ich hab den Ball nicht berührt, ich hab den Ball nicht in die Mitte getan, ich hab einen Punkt und ich hab gewonnen! Spucke nicht, ja! Spucke nicht, ja! Halbstopp, lassen Sie mich in Ruhe! Ich möchte das nicht! Und ich will das nicht! Halbstopp, gehen Sie weg! 1,50 Meter Abstand! Äh! Halbstopp, gehen Sie weg! Wir haben das schon gemacht, ich schwöre, ich esse kein Hundefutter! Hä? Dann machen wir A-schießen, ich steck den scheiß Arsch da aus! Äh, schwittere ich schon wie viele Schüsse? 1, nur 1! Wir haben hier 3 unterschiedliche Bälle! Wir haben den hier, wir haben den hier! Ich will doch schwitzen danach, ja! Und wir haben den hier! Ich glaub da ist noch einer! 1, 2, Nein, 3 reichen! Ehrlich, 3 reichen, ja! 3 reichen! Jeder Ball, der hier im Raum ist! Ich hab die Regeln nicht aufgestellt! Das ist zu viel wegen dem! Mach mal die Plane weg! Alles sportlich, Freunde! Oder wenn ich mir in die Hose kacke, seid alle schuld, ja! Come on, everybody! Come on! Geht aber vor! 3, 2, 1! Tim Wiesewa! Gerne, Mann! Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way! Und der Madefistige! Ah! 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 Come on, Davy hat ihr mich jetzt hergeholt. Ah! 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 Oh mein Gott, scheiße! Scooby-Doo-Biduuu! Da habt ihr gedacht, ne? Da habt ihr gedacht! Ich bin ein kleiner, schöner, ich hab euch alle geprankt, ne? Ey, Jett! Ich liebe euch von ganzem Herzen, ja? Ich tu drauf alles, wenn ich nachts schlafen gehe, ich denk an euch, und wenn ich aufstehe, denk ich auch an euch. Unterstützt mich doch mal, ja? Dann pack die Hand weg. Oh, kacki, 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 flutschi, flutschi. Ey, Bruder, nein, hör auf! Übertreib nicht, Bruder, wir haben einmal Spaß gemacht, okay? Ja, okay. Ich möchte das nicht. Ne, nein. Ich bin ein Kacki gefehlt. Oha, Bruder, was machst du da, ja? Gah! Pasta! Bruder, warum machst du was, ja? Alles was... Ja, reißt du jetzt, ja? Ich hab doch nichts gemacht. Mein Gott, ich bin so ein fetter Spasti, ja? Warte. Tu mal so, ob ich ne Bohne-Kuckel wäre, mach mal so, und dann schmeiß mich da hin. Drei, zwei, eins. Ey, Johnny! John, 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 bitte geh... Warte, komm, warte, ey! Alter, was haben wir gemacht mit dem Studio, ja? Schwere, ich wollte nur ein Prank drehen wegen euch, alles geht nach hinten los. Ja, Freunde, wir sehen uns morgen um 20 Uhr. Was ist das, du sounds, Junge, ja? Warum gröss mich die ganze Zeit, ja? Ey, Freunde, wir sehen uns morgen um 20 Uhr. Wir machen was Geiles. I love you. Ja, doch, ja, oh mein Gott, oh mein Gott, uh, Haus an Ubi, ja, mein Gott, ja, Chat, ich liebe euch, ich schwirr auf alles, ihr seid meine Familie, mein Leben, auch danke an Elias, ne, ehrlich, einmal Applaus an Elias, ne? Freunde, übrigens, er hat auf Instagram, sag mal kurz deinen Namen, lias.pictures, oder? Unten in der Beschreibung. Ah, ich denk vor, ich denk vor. Ja, so weit denk ich gar nicht, er schneidet ja die Videos, er weiß voll, was passiert, ne? Komm, ein Herz für Elias in den Chat, ja? Mein Gott. Guck mal, hier kommen die Herz, die Stauern, ich liebe euch, ja, die Amo, die Amo. Euro, der Laufkrank gibt die...